so meine Damen und Herren kommen die zurück zu den Eintracht von Morgel die Tür auf einem wunderschönen Kanal heute sind wir wieder mal mit einem Männungs ja immer wir mal im Wettkampf heute auch damit die ich überhaupt nicht kenne wenn ich schon mal wir haben eine doch 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 sie sagt nein wir haben ja jetzt aber jetzt haben wir haben nicht gerade die stärksten Gegner wie so das Gefühl ja aber es passt auch zu uns ok das nehme ich zurück ja ok das ist so ein leichtes Hochspiel ja das kann man mit du musst ja ich muss sein um so ich versuche jetzt zu von der Spiel und die zwei Aufnahmen zu machen wenn es noch aufgefallen ist jetzt fast weiter geschossen und bisher ich bin hier bis jetzt so nicht das heißt um das für die zweite Aufnahme mit zu von Morgel Kitsch in vor Prozonen was haben wir noch paar andere Spieler zwischen noch das können wir jetzt und Porten welche Porten und Forms und vielleicht wo wollen sie und dann habe ich ja noch mal in der das mache ich ok der geht rein dann habe ich ja noch mal in das Spiel mein Mafia wenn man in der Reihe schon dann habe ich auch noch meine Story muss die auch noch weiter machen muss tut mir leid da habe ich richtig eingeschissen ach alles in Ordnung alles in Ordnung wir sind du musst du musst wir sind verhungert wir sind verhungert das zählt ich habe so das Gefühl wir verlieren wie kommst du darauf weil ich mich noch nicht so richtig eingefunden habe hier ne ich auch irgendwie nicht ja das meine ich ich habe ihn what the fuck ok wir haben es echt jetzt schwer also vorhin die Runde war echt aber guck mal wir haben es erst die letzte Runde die war echt du echt hier herausfordernd aber das wird glaube ich noch schwerer fahr 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 was macht der 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 trifft ok der Jacket ist der einzigste der irgendwas gut kann NEIN 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 ich hätte zu seitlich weg gehen müssen ich habe keinen boost gehabt ok geh 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 vor bleib hinten bleib hinten ich komme zurück ja ich komme naja jetzt ist das ist so weit beide sind einfach dran vorbei nein hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ja klar ich bin ich was ja wenn man Space drückt äh so die Leertaste dann kann man das mal ja was ich will es ich will sich haben muss auf den oder ich will ein Jahr wie die Nämlich erstmal wegpustet über dich drüber alter Fakt die Scheißgabe richtig rein mach macht das Ding aber tier team dass wir jetzt mal weggenommen genau das war team genau ich habe uns fraglich ob überhaupt reingehen ich glaube der weg gegen diese kante da nein der wäre eingegangen ich glaube der weg gegen die kante naja sicherer 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 genau ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe 9 genau das meinte ich wer geht so wahrscheinlich so wie Kante und zu werden mit dir das war ich zählen den Gottbrüter ist da es kommt vor vor fahrverfahren schade 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 Schokolade zwar jetzt hab ich Kuh gedrückt was war denn das jetzt so okay die Runde war ein Liegen aber du warst du unter mir deswegen wollte ich es nicht so riskieren die Runde haben eindeutig verloren sag ich auch die Runde haben wir uns nicht verloren also hier kommen wir glaube ich noch locker die kommen locker noch eine zweite dahinter schaffen oh er geht oh ich weiß ich habe ich sogar noch wer hat es richtig gelöst Alter das wäre doch gut jetzt ist er zweimal lag hintereinander jetzt müsste derjenige der vorfährt es müsse dann über den drüber schießen ich fahr du fährst ja alles riskieren komm nein alles oder nichts alles oder nichts ja wir haben noch 25 Sekunden wir sollten jetzt auch nicht so riskiert spielen ja ob wir jetzt eben eben noch bei uns reinlassen oder doch noch die Chance bekommen nein zu kommen nein komm ich hätte machen können komm von der Seite ich will ich will machen nein 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 da war zu hoch da war zu hoch okay schade 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 nein nein hätte man noch schaffen können da ich habe mich so so wir kommen hier zu neuen neuen und d sind sollte man das okay er er hat ich habe so wie immer noch eine neue Runde nicht wahr okay ja also mit mir hat natürlich wieder den Endermann ich habe es ja das kann die Leute ja schon das ist ja ein paar und also da ist ja nichts dabei der erste Start immer noch mit mir leider immer noch also es ist der zweite Part nee es ist der zweite Part eher noch zweite Part der zweiten Folge genau und danach ich sehe schon was danach gespielt wird danach wird Portal bei mir aufgenommen ja da bin ich aber dann nicht dabei weil ich Portal nicht habe falls es jemand interessiert ich glaube niemanden die sind glaube ich alle froh dass du dann weg bist ja ich glaube auch so und Portal wird dann können sich schon die Leute freuen mit Byte gespielt mit Swaggy Gaming oder Byte oder wie ihr ihn auch mal nennen wollt danke schön was aber richtig tolle Auflage Vorlage gemacht weil du ihn richtig krass gesaved hast den Ball aber naja du gehst einfach so knallhart durch das ist ja das ist aber auch ein bisschen können weil man kann einfach nicht so wer macht, wer macht? du gut ich bin doch nie so gut das weißt du komm eben du musst einfach nur auf die Gegner schauen wie die gestellt sind und dann auf Spiegel schau äh Spiegel bei der Luftblasen mach ihn das ist niemand, mach ihn also das war ja schon halt peinlich gegen Semi-Profi und Profi stehen wir da wir sind unter Wasser ja fällt mir jetzt auf weil hier ist so durchsichtig ist wegen sich das gerade erst okay das ist schon leicht peinlich also ich mag die Hühne, guck mal hier komm ich habe angefangen von hinten wo ich stand es wird das ganze man weiß nicht den zweiten beobachten das war einfach peinlich wie einfach beide vorbeigefahren oh wie geil ist das denn ich fahr ja also das Ding ist der Anfänger ist einfach besser als der Profi vom Gegner ah du bist sogar besser als ich also laut Toren zumindest oh mach ihn schon keine Sorge oh keine Sorge oder auch nicht ah was Mist nein also jetzt sind sie auf Zerstörung aus ja jetzt haben sie keine Lust mehr nein oh Mansi Mansi spiel spiel ich hab ich hab ich hab keine Sorge nein der geht lass doch mal ein Tor ja den hätte ich aber nicht mal bekommen können ist ja das Schlimme der Linke war so grauenvoll den hätte ich nie bekommen können ah du musst du bist die ich lerne h hö m h 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 ich höre ich gebe dir so ein Trick das was ich gerade gemacht habe das was ich gerade gemacht habe das musste bei 1 gegen 1 machen wenn dein Gegner im Tor kämpft aber was war denn das jetzt so nein ich bin totaler ankommen müssen Ewan spielt spielt er mal spielt er mal ich hab oder so es schön wir mal wieder Rocket League zu spielen oh ja ich hab das ich hab das nämlich aufgegeben nach weil mein PC nach irgendwie zwei drei Runden Rocket League gescheit sein PC immer abgeschmiert naja scheinbar ist jetzt weg er hat gedacht naja gut wenn es jetzt mal für den YouTube Aufnahmen ist lassen wir es mal das war auch bei bei Rainbow war das auch so deswegen hab es auch deswegen habe ich so oft Gerys mod gesuchtet und ja weil jetzt ist ja wie alles normal ja ach man ich wollte ihn zerstören versuch mich die ganze weg zu rammen der Ewan ich glaube dafür muss er zerstört werden oder also er hat mich halt gerammt die ganze Zeit damit ich da weil ich im Tor stande ja gar nicht damit ich nicht verteidigen kann hab ich hab ich nein ninder Alter Alter bin ich grad ich bin grad ernsthaft vorbei wusstest du dass du mit Shift driften kaltst ne also wenn du so oh lol der ist geflei er ist fly ah ja geil das ist ganz gut wenn du so rückwärts fährst wenn du so rückwärts fährst wenn du so um die Ecke dürften musst ganz praktisch ja nein das haben gewonnen ja wir haben also ich oh mein ich hab gedacht ja noch ein zerstört schön zerstört das sind noch zerstört das war's heute zwei runden davon haben wir habe ich zwei verloren eine mit einem gewonnen und eine verloren gewöhnlicher Dachaufsatz Nordwil ne wir haben sogar zwei gewonnen also letzte Folge letzte Folge haben wir doch gewonnen ja ich will eine lange Folge stimmt ja ja da war diese lange Folge noch ey wir haben wir drei Folgen jetzt aufgenommen ja und wir könnten ja noch weiter wir haben ja noch nee nee wir können nicht weiter wir können nicht weiter gut Leute ich würde mal sagen wenn ich der ganz Punkt gefallen hat genau um mich einen Daumen nach unten schreibt mir einen Kommentar ob euch das ganz gefallen hat oder auch nicht und dann bis zum nächsten Mal sagt er ja wenn das Wort und der Liebe Enderman Ciao ciao